Die Jungs war ein Hör, die schreckt ins Grunde, die sich so trug in uns der Stadt. Verpflanzte tief und hoch zum Wunder, was falsche Wien für folgen hat. Sie war ein Mädchen von 18 Jahren, verführt von Männerschmeicherei. Sie musste schon so früh erfahren, dass sie bald eine Mutter sei. Die Eltern hatten es auch erfahren, dass Mieder wurden, ihr schon zu klein. Der Vater griff sie bei den Haaren, sie sollt und muss verschlossen sein. Sie ging von Zülzer bis Bad Köse und Beispiel von Kanabahn. Da sie ihr Haupt auf Schienen lege, ist das der Zug aus Namokan. Der Schachter hat es wohl gesehen, er bremste mit Gewalt heran. Jedoch der Zug kam nicht zum Stehen, gelungenes Blutroß in dem Sand. Dem Zug ist stiegen zwei Studenten, der eine bleich von Angesicht. Und als er nahm, die Leiche blickte, da fragte er, nein, das wollte ich nicht. Die Schüler auf Schule von der Kramen und nahmen sich der Leiche an. Sie taten sie so schön begraben, weil sie's aus Liebe hat getan. Sie taten sie so schön begraben, weil sie's aus Liebe hat getan. Applaus